Jo, ich bin jetzt hier in Dearsville und habe mal hier die Map zurückgesetzt und habe dann gleichzeitig die EntitySpawners.xml so abgeändert, dass wir hier dreifach an mehr Zombies haben. Also dreimal so viele Zombies wie normal. Ich habe jetzt hier mal die Nacht abgewartet bin aber schon ganz aufgeregt und werde gleich mal mir das ganze von unten betrachten. Ich weiß selbst nicht wie viel das sind, aber es sind auf jeden Fall schon mal eine Menge mehr. Ich mache mich aber langsam auf den Weg. Alle Unterschiede. Ich versuche jetzt erstmal ein bisschen hierher zu blocken. An der Giebelseite des Hauses. Wenn ich einfach mal ein bisschen Krach mache. Damit ich nämlich dann gleich dort diesen künstlichen Wasserfall ganz stressfrei runterkomme. So, die Feuerwehr mal durchladen. Jetzt geht's ab. Ok. Pünktlich der 8 Uhr-Pflieger kommt und wirft seine Zupplies ab. Eieieiei sind das viele! Ich versuch die mal so alle nach und nach hier auf die Straße zu kriegen, damit man mal zählen kann. Na sehr gut, also die Viecher sind doch wirklich überall jetzt. Die Schreihilze gehen mir am meisten auf die Nerven. So. Ich würde mal sagen, das Experiment hat doch sehr gut geklappt und war erfolgreich. Mehr Zombies sind hier's viel. Ich würde mal sagen. Ich würde mal sagen. Ich würde mal sagen. Ich würde mal sagen. Ich würde mal sagen.